Was geht ab? Wir sind wieder da, selbes, oh, selbes Ort, genau, selbe Ort, selbe Zeit, selbes Spiel, weiter geht's! Hä? Egal. Einfach ignorieren, irgendwie sieht mir das nach, ja komm, nach was Brauchbarem aus. Oh, eine Tür! Punkte! Haben wir hier eine Kupfer-Tür, habe ich einen Kupfer-Schlüssel? Hä? Kupfer-Schlüssel? Ja, haben wir, rein da! Oh, das wird schneller! Kämpfe, dämonischer Konflikt, töte alle Gegner innerhalb der Zeit, Gegner können nur durch Dämonen-Waffen verletzt werden, och ja! Eis zu entfernen! Kupfer-Schlüssel? Oh, das wird echt krankinett! Wir brauchen keine Rechte. Oh, das ist hässs nicht normalerweise? Jägen. Oh, das ist hässs. Oh, das ist hässs! ouch oh und runter mit dir, geht doch 3 von 4 bam und weiter geht's 10 Stück gibt's insgesamt guck mal, wenn ich falsch liege aber dann fehlt doch die Hälfte ja, schau ihn an wieder dieser na 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 weg mit dir da lang hüpf und hüpf und hüpf irgendwie sieht das nicht gesund aus hüpf 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 äh auch ne Idee links oder rechts links oder rechts links oder rechts okay, wenn das nicht mal style hatte äh gott sei dank äh ne hm ich höre ich höre dabei etwas ähm ich würde gerne wissen ich würde gerne wissen wie ich schüss ich würde mit 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 in mit 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 also hier haben wir schon mal einen da hinten ist ein schlüssel alles klar das heißt die folge wird jetzt etwas lustig alles klar was passiert mit das ach guck mal gut dass wir wieder zurück nein das war schon mal nicht irgendwie kommt man doch da oben hin oder nicht das wäre zumindest sehr traurig mir nicht das war das war das war das war das war Ich fühle mich gerade mittelmäßig verarscht. Wie soll ich da denn bitte hochkommen? Achso, okay, ja, ha! Okay, vergiss es, ich gebe es auf. Ich gebe es auf, ja, ich weiß, viel zu früh, aber egal, ich verschwende auch nur Zeit. So, dann zeigt mal her, was ihr könnt. So, dann geht's. 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 Ja ja ja, schrei mal. So langsam werden die Kombis gut von der Hand. Komm, wir haben einen Schlüssel, wir haben einen Schlüssel. Nein, ich habe keinen Silberschlüssel. Dreck. Ich wusste, ich hätte den Salern sollen. Aber wie soll ich da denn rankommen? Da brauche ich doch irgendwelche Fähigkeiten für. Mensch. Das ist eine Sackgasse, da ist nichts. Hier geht es weiter. Oh, hi, 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 hi. Hallöchen. Fähigkeiten. Dämonen ausweichen, Engelsmanöver. Aha. Rebellion. So, wo ist der letzte Punkt da? Triebstrufe 2. Rebellion ist voll. Das heißt, als nächstes, was brauche ich hier? Keine Ahnung. Der ist ja mal ein wenig. Ja, wie ich schon sagte, die Pistolen irgendwie sprechen nämlich nie an. Das fehlt noch. Da drunter ist auch. Keine Ahnung. Ja. Ich sehe es mal wieder an der Zeit. Perfekter Zeitpunkt. Perfekter Ort. Bis zum nächsten Mal. Und Shiro. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018